Hallo da draußen liebe Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Jagd uns und wenn du noch mal hoops dann schmeiß ich dich persönlich raus. Mit dabei der gute Bruce und der gute Jack. Seid gegrüßt. Hoi! Hallo! Au! Das war ich doch nicht! Malabaka! Wie ist der Bruce? Wer hoopt, der stirbt. So ist das. Jetzt hab ich schon wieder ein Loch in meiner Windschutzscheibe und Blut hier am Strand. Ja man. Ist doch schön. Na ey, wieso am außen so mich? Nein! Weiß ich auch nicht. Ich muss den Trainer gerade ausprobieren. Oh, ich weiß nicht! Warte mal hier. Ich bin sexy. Ich bin ein Strandnixe. Wo waren die Animationen nochmal? Ich hab schon wieder vergessen. Weiß ich auch nicht. Actions. Town. Hier. The Bird, Alter. Denkst du mal mach ich den einfach. Okay, dann schieße ich nicht. Bin ich nicht so alt. Ich will nicht mehr. Ja, das tut mir leid. Im Übrigen, für alle da draußen, die bei mir gucken, es gibt ein neues Intro. Voll geil. Hast du die Suicide-Pill genommen, ja? Einfach mal treten auf den Boden. Jo, Leute. Auf geht's. Rein in die Autos und viel Spaß haben. Wuhu. Bitch. Hab die schönere Upe. Das passt. Alter. Oh, halten dich jetzt was ab. Mein Lenken? Der schiebt ein bisschen, ne? Ja, der ist sehr schwerfällig im Lenken. Der ist ja auch ein großes Teil, ne? Oh, mach doch nicht schon ne Beule rein. Leul. Ich bin immer ganz. Ne Beule. Verhältnis da rein. Nein. Ich bin immer noch ganz. Warte, hab ich, hab ich Vehicle-Dings da an? Wuuuuh. Da macht voll Bock, man, hier zu treffen. What's up, brother? What's up, brother? Oh. Nein, nicht ins Auto. Nein, nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser. Komm, dann komm ich wieder raus. Yes, ich bin wieder raus. Sehr gut. Was wollen wir denn anstellen? Weiß ich nicht. Oh, ich hab jetzt Spaß mit der Tücker am Strand. Wuhu. Komm schon, Bruce. Du hast immer Kacke im Kopf. Du weißt, was wir machen können. Ja, Leute, okay. Uh. 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 Ich folge unaufferlich. Uh. Oh. Hallo, Lady. Ah. Moment, ich hab mich vergessen, Waffen zu geben. Ja, die ist ja bisschen blöd. Moment. So, Gebo Weapons. Player bin ich, ne. Ich bin auch nicht hundsterblich. Alles gut. Oh, oh, diese Geldposten. Wihi. Ah. Also das Teil driftet schon sehr geil. Ja, absolut, ey. Waren wir mit auf die Straße oder mit am Strand? Ja, klar. Ja. Waren wir mit auf die Straße oder bleiben wir am Strand? Ja, klar. Hehehe. Achso. Nee, ich wollte auf die Straße. Ich hab schon für gedacht, weißt du. Ja, klar. Auto, Auto. Oh, komm. Oh. Wer machen die denn hier? Oh, nice. Hallo, Opsa. Bitte sofort aussteigen. Au. Au. Jo, scheiße. Jo, so krimint. Okay, das Auto fliegt auch gut. Das fährt nicht nur gut, das fliegt auch gut. Oh, shit. C4, oder was? Ja. Boah. Ich hab die Koks am Arsch. Du voll geht die, man. Ist doch eklig, irgendwie weg da. Ah, da, guck mal hier. Mr. Wo ist denn der Bruce? Ich bin hier, ich bin hier. Oh. Holy shit. Was soll das denn? Ja. Toiviel? Du bist Böses. Ah, dieser Bruce. Hau mal ab hier. Ja, ich bin hinter dir. Ah, du lips und losgehen. Ja, Bruce is still alive. Okay, dann, wir sind schon ganz beworben. Oh, 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 Steve allein. Oh. Oh, der drift gerade. Holy shit. Wieso hab ich keine Bullen? Ich hab noch nix gemacht, ne? Warte mal. So. Ich habe auch nix gemacht. Alleine dein, dein Aussehn, Alter, ist n'untertritt. Ja, siehst du mal, ne? der brav noch focus also ich merke gerade ich glaube ich habe mein kopfzeug wirklich hier lieb so waren das nein ist mein neber auf die grüße über das würde ich irgendwie noch immer drüben den er die kopf zu halten hallo der formelig hinten ein bloß ich weiß du bist auf auf geht das auto möchte ich nur gerade ausfahren was möchtest du das auto möchte eben nur gerade ausfahrende ich fahre jede kurve mit der bremse hier hinten wäre so eine coole sprungschanze die wir nehmen können die so ein parkhaus dann hier vorne gleich links ach du scheiße ich kenne die ja ich kenne die ja ich komme da nicht hin wie wir machen zu wenig speed mann schaden kriegt eure karte eigentlich auch so wenig ich bin mir nicht sicher aber ich habe mein auto geht auch nicht kaputt fahren wir die military oder ja ja die macht immer spaß auch die helikopter denn wo sind wir dabei wo auf falschen straßenseite mit dem schieb ah diese pfosten überall hier kommt jungs da fährt er einfach mal direkt in die karte rein der das wollte ich auch der bruce ist ein geiler move alter naa wo kommst du her der war geil alter das wird ihr das nicht aber gut oh man das wird das hier gut aber fürste stunts ist die karte doch super oh ja auch um die cops wegzunehmen Ich bin unterm Strand. Wir sind in meiner Reifen kaputt. Heilige Scheiße. Ich sag mal. Ich komme. Sehr gut. Sie macht die Paki im Bullen tot. Ja du schön. Oh Truck. Warum sind meine Reifen schon wieder kaputt? Wow. Oh oh. Uh oh. Ich bin wieder bei euch. Der auf den Weiten nervt. Weg mit dir. Na ich hab ihn auch. Ja ich wollte ihn erwischt glaube ich irgendwann. Achtung Sprung links. I'm on the ball scheint Bulle. So. I'm on the way again. On the road again. Oh jo. Ich hab ne Tür verloren. Scheiße. Ah. So ne Tür. Was machen wir denn Alter. Der Gegenverkehr fährt einfach mal. What the fuck Alter. Wuuu. 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 Ich bin schon gleich... Oh lol, Alter, what the fuck mach ich denn hier? Alright! Hey Ralf! Los, kommt rein! Au, aber das ist schon drin. Oh no, oh no, oh no. Oh ich häng' fest, Alter! Ich bin auch. Ach, okay, alles klar. Alles gut? Pass auf die Panzer auf. Panzer! Was? Holy Shit! Ach du Scheiße! Mein Reifen ist schon wieder am Ars, Alter. Oh ne! Ich burn it, ich bin tot. Daher wieder ein Lieblings Cruise, oder? Ja, ich lebe noch, komm mal her. Um ihn. Ah, nice job. Spring raus in 3, 2, 1. Jetzt. Ah, ich bin tot. Wie im Film, Alter, wie im Film. Wow! Ich stehe dein Auto. Groß, Vorsicht! Ey, warum klausst du einfach meine Karre, Alter? Weil ich ne Chance bin, ich mach sowas. Fuck you! Ja, jetzt hör doch auf zum Fahren, Alter! Rolf, magst du auch mit? Ich bin gleich tot, Mann. Rolf, komm rein! Hallo! Rache! Ja, ich hol mir jetzt mal ein Fahrzeug. Dann fahrt ich mit euch. Wegt euch! Soll ich was Lustiges machen? Ja, Mann, doch. Fass mich vor. Wow! Wuuu! Nice. Kann ich mein Auto wieder um? Ja. Okay. Moment. Jetzt machen wir's noch kaputt. Na! Johnny ist ne Chance, die geht's ins Wurzheim. Auf geht's! Hier, die will ich! Nein! Was? Was für ne Chance denn? Das heißt gar nichts, Alter! Das ist so unwendig! Die will ich, wenn der fährt einfach in die Einfahrt, Alter! Ich wollte hier drüber bringen. Oh! Hi, Jungs! Ja, recht. Hi! Töte den! Ja, töte den! Hier drüber, guck! Ich steig bei Ralf an, du bist scheiße! Wohoo! Hier drüber! Ich bin jetzt bei Ralf! Hi Ralf! Hallo! Alles gut! Warum bist du denn gestorben? Ja, weil du diesen scheiß Fahrer hatte vorhin. Ah, okay! Ey, ey, ey! Ne! Fahrgut! Okay! Ich rauf, da! Konge 3, 2, 1, was halten? Ah! Oh! Hier, Wirkamen? Den trifft's einfach jeden gegenüber. Aber er ist auch da! Ey, Autos. Dreh, 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 Dreh! Moment, ich helfe! Auf! Die über den Wolken, lalalala! Oh! Au! Oh! Oh, oh! Oh, leu! Ich habe mir von der Schanze gerampt da, wuchser. Ich kann so nicht schiefst. Ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Oh, oh, scheiße. Oh, oh, scheiße. Ich bin alles im Griff. Jim Karner, komm schon. Schön dazwischen durchdriften und so. Genau, fast so, ja. Komm mir gleich, Riedel. Zeig mal, was du kannst. Hallo. Hallo. Es ist fein Tranzen vom Himmel. Tschüss. Moment, ich brauche ein Auto. Ah, ah. Nein. Oh, shit. Oh, no. Ich lebe noch. Ne, ich bin tot. Verdammt. Okay, krass. Ihr könnt bei mir, kommen wir zu mir. Hier ist ein schöner Spot, hier waren wir auch schon mit den Monster Trucks. Okay. Ja, die Karma macht Spass, muss man sagen. Die ist eigentlich ganz angenehm zu fahren. Ja, ja. Oh, da ist eine Schanze sogar, die man nehmen kann. Ja. Soll ich wieder spawnen, oder? Ja, ja. Oh, ich hab schon. Ja, spawne ich nochmal. Danke sehr. Gutsche. 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 Okay, wie hielt das? Modifikations. Armor Upgrade. Upgrade. Woohoo. Kann man die Schanze nehmen? Ja, ja, bitte. Fast. So, dann kann ich hier noch kurz Upgrade Draft klatschen. Du, 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 du. Bist du innen drin rot? Ja. Ja man, wie geil. Hinkt gut aus. Hinkt gut aus. Ist du bereit? Hellgaming fahre ich mal vor. Nope. Go, 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 go. Ja. Alter, GG. To nu. Dann geht's weiter. Hinkt gut aus. Hinkt gut aus. Hinkt gut aus. Ist du bereit? Hinkt gut aus. Guck. Doch, doch nicht. Schön, dass wir alle so elegant gelandet sind. Flawless. Victory. Flawless. Victory. Finish here. Drei Runde rückgegen. Ja, ich bin wieder über den Stein gefahren. Ja, aber ich auch gerade. Von innen sieht auch gar nicht mal so kacke aus, ne? Ja, sieht schon geil aus. Ach du kacke, was ist denn das jetzt drin? Der flippt halt echt stark, ne? Oh, ja. Oh shit. Das ist ein Stein, aber da wollte ich trotzdem hoch. Au. War nix, pass auf. Huah. Oh Mist, ey. Ich würde ja gerne hochspringen. Na. Ja. Ja, dieser Stein am Boden da. Jawoll. Ja, Mann. Ja, Mann. Okay, da oben ist doch voll die Kante. Musst du halt voll die Kante geben, ne? Ach. Ach, der war schlecht. Au, super. Ja, das haut's doch nicht hin, wie ich mir das vorgestellt hab. Ich glaube, das hat nicht gut. Wuuu. Danke. Ja, ne. Ah. Warum kriege ich immer solche Hupen? Weil ich meine selber aussuche und nicht random mache. Irgendwann, randomer Volumen stick. The win. Yeah. Kickflip. Oh, ja. Vorsicht. Wuuu. Yeah. Ja, Mann. Wuuuh. Ian Berg. Ich flipp hier auch nur durch die Gegend. Hallo. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, wenn wir uns gegenseitig raken, hier mit dem Auto. Nooo. Ich bin unter Wasser. Ich bin unter Wasser. Wir sollten das auf dem Flughafen machen. Da haben wir Platz. Ein bisschen Destruction Derby. Nein Bruce, nein. Leicht die Kontrolle für dich. Schade. Bäh, Alter. Jawoll. Hey Ralf. Ihr trifft wohl so halt schon geil. Wir holen ihn uns. Wir holen ihn uns. Teulige Scheiße. Ah, Frontal ist langweilig. Komm. Ich bin fast tot. So langweilig ist es gar nicht. Ich bin fast tot. Ich vore jetzt gegen den Baum. Au. Ich hole dich aus der Luft. Nein. Oh, nice. Guck mal, wo es da fliegt. Hi. Aua. Boah. Alter. Holy shit. Hey, ich bin nur noch Fray, Alter. Meine Scheiben sind weg. Meine Türen sind alle weg. Ist doch geil. Das sieht krass aus, man. Das nennt man Weight Reduction, ne? Ja eben, ein bisschen schneller. Ja. Shift Mode oder Shift oder nicht? Ja. Ich frage mich gerade noch, wie wir, was war denn bei den Fahrzeugen? Krismatik. Das nur Damage auf Krismatik ist. Ah, Damage-Settings hier. No Mechanical Damage. No Mechanical Damage. Ja, genau. Ja, gut. Das sollte aber eigentlich ja dann funktionieren hier. Uh. Uh oh. Au. 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 Ich hab noch alle Türen dann, warum? Ich hab gar keine mehr. Uh, 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 halt. Ich hab weder Türen, Türen noch Fenster. Ne, 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 ne. Ich hab mich mit F2 gerettet vorm Wasser. Ja. Ich hab einfach, bevor es rein ging, F2 gerettet. Ich hab einfach, bevor es rein ging, F2 gerettet. Ja. Ja. Oh, die Menschen. Menschen. Derbt. Oh, das war aber gut. Hey, du bist einfach durchgerast bei mir. Ich? Scheiße, nein. Ich bin ins Wasser. Probier's egal nicht. Hier sind Leute. Alter, aber schön unterm Zelt durch. Nice move. Meine Upe klingt auch nicht mehr so gut. So fresh. Ey, der kann sich nicht einmal normal fahren hier. Natürlich. Da ist noch ein Mensch. Der darf nicht abhauen. Bam. Keine Zeugen, Jungs. Die muss auch weg. Hey, kein Ding. Oh. Hallo. Du musst auch weg. Irgendwie fehlen dir die Cops. Irgendwie sind die total brav gerade, ne? Ja. Die haben keinen Bock. Menschen umfahren ist ja auch kein Verbrechen. Warte doch, bei mir. Ich habe gerade jemanden, ne. Es hat nur ein bisschen geleuchtet, aber die sind so weit weg von den Cops. Ich habe ein Sternchen. Hör, der packt einfach das Hälfte aus. Der hat ein Sternchen fest. Ja, ich wollte da hochfahren, aber... Ah, ich habe auch einen Stern. Hurra. Na wunderbar. Lebt er immer noch? Ah nein, nicht mit Wasser. Nein. Nein. Ja, ich bin oben. Ich bin oben. Hallo. Ich bin oben. Ich bin oben. Hab die Cops. Nein. Nein. Hey, hey, hey. Was machst du denn jetzt? Ja, ich wollte die Cops abknallen. Die kommt. Ich komme. Einmal wieder mit dem Ballern. Ich wollte auch mal raus. Die sehen sie noch nicht. Wo sind die jetzt am Strand? Wo sind die Cops? Ja, die sind unter uns. Wir scheuen oder was? Sind halt Beach Boys. An der Fiebermeer war der Mülleimer und das Bild rollt. Ich nehme diese Geräusche am Morgen. Ich snipe die mal weg. Da ist ein Mensch. Du stirbst. Scheiße. Die kommen von hinten. Die kommen von hinten. Nö. Wo? Wo ist? Wie? Warum? So ein Auto bei der 1. Ich komme. Ich bin unterwegs. Dann hauen wir nicht mehr weg, oder? Machen wir einen Final-Shotdown hier. Leck mal der Lebensenergie. Der geht immer runter. Komischerweise. Ja, weil du hast Stamina nicht krass. Und du warst eigentlich gerade am Rennen gewesen da. Boah, da brauche ich eine Gladen-Werfer. Das ist gut. Das war gerade Wortkotze. Ich meinte, ich traf mich danach die Werfer. Ah! Mein Deutsch heute nein, gut. Wo werde ich denn beschossen? Ich werde beschossen von irgendwo. Ja, ich weiß auch nicht. Von links. Wir schießen aus dem Busch. Ach du Scheiße. Da, der gehört mir. Der gehört mir. Und... BAMS! Jawoll! Oh ja. Mein Charakter hat gerne lange dort in der Hand. Das ist gut. Und? Ah! Muss er hochziehen. Bleib doch mal stehen. Oh, ich glaube, ich mache das nicht mehr lange. Nice! Der Helikopter! Oh! Ja, ich schiebe mit dem... Future-Gewehr hier durch die Gegend. Ah! Ah! Okay! Nein, Bruce! Okay. Bruce ist down. Ich muss die Milligan auspacken, um das alles zu kompensieren. Fahr weg. Wird so blöd. Nein! Warte, warte, warte! Wo ist der? Hör doch auf zu schießen! Hey, mein Auto ist wieder halbgrenzt. Oh! Hinter mir! Nice! Der Drift-Mode macht es aber auch echt nicht leicht. Ne! Jungs, wo seid ihr? Rausgefahren! Warum? Weil du Kacke! Weil ich überhaupt Bock hatte, ein bisschen in ein Auto zu fahren. Keine Ahnung. Oh, ne! Ich bin tot! Ah! Toll, die Transa habt ihr zurückgelassen, um zu sterben. Ja! Oh, wir spielen gleich wieder bei. Oh, hey Ralf! Hey, Alter! Nice move, ey! Hallo! Darf ich mal mitfahren? Ja, bitte! Oh fuck, die Spikes kriegs! Warum? Warum geht das denn bitte mit dem... ... mit dem... ... hier... ... Arme abbrechen? Nice! Ich hab' mal frei gewollt. Ich komm' mir langsam... Ja! Was machst du hier wieder für Action, du? Wir drücken wieder nur zum Spaß, ja nicht. Oh, 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 oh! Oh, 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 ohhhhh! Nein! War nicht ganz geklappt! Oh, war eigentlich nicht schlecht. limit! Hi Leonardo. Nein! Nein! Liege ungünstig, würde ich sagen. Oh, scheiße! Ah, fuck you! Was macht denn der? Warum hat der Kopf einen Hammer? Was? Was musst du tun, Alter? Ich weiß auch nicht, ich liege ungünstig. Ich sage ja, ich komme nicht mehr raus, Alter. Ich helfe dir. Sehr gut, danke. Ah, hier ist auch eine Sprung, Schatz, oder nicht? Was? Am Ende von diesem Tunnel, äh, Kanal, meine ich. Aber in eine andere Richtung, oder? Keine Ahnung. Kann doch doch das sein, dann müssen wir uns einmal umdrehen. Okay. Komm, wenn's mal so leicht gehen würde. Ja, tolle Schanze. Mauer? Tolle Schanze, hast du wieder ausgesucht. Dann ist sie in eine andere Richtung. Oh ne, da ist eine Mauer. Ja, tolle Schanze. Mauer? Tolle Schanze, hast du wieder ausgesucht. Dann ist sie in eine andere Richtung. Oh ne, da ist eine Mauer. Oh, okay. Oh, okay. Hier, au. Oh, schön. Das war noch bei Moos. Das war noch beim großen Kanal mit der Schanze. Irgendwann ist auch an der Seite, ich glaube, das ist ein Stück weiter hin. Wir müssen mal irgendwie gucken. Ich würde jetzt gerne mal schauen, ob wir die noch sehen. Es gibt noch eine kleine Straße und Gitter, so ein, weiß ich nicht. Das sehen wir gleich, ich zeige es euch mal. Das muss auf jeden Fall da sein. Ja, jetzt geht es uns mal. Ja. Hi, hallo. Oh, schön. Oh, oh. Ich will mir den Sorgen zerfangen. Aua. Ich muss natürlich wieder in den Baumstuhl fahren. Da vorne ist Wasser. Da vorne ist Wasser. Okay, dann war das doch nicht hier. Schade, man. alle hier ist noch so ein kanal doch mal das ist der andere aber genau wie sind die dinge dieses da sind sie doch wir sind so aber die reichen vollkommen aus um dieses auto auf jeden fall weg zu katapultieren ab und schlosser ich bin nicht nein in dem auto nein 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 wo ist es auch nicht mehr wo war wo war oder der die 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 Wir haben es besser rausgemacht, okay? Wir haben es besser rausgemacht, okay? Ich muss ja wieder sterben. Weil der von Kopf in den Sprung und er sagt, yeah! Oh! Au! Ey, ich würde jetzt wieder gerne aussteigen. Oh lol, was war das denn? Es war irgendwie witzig, auf jeden Fall. Oh, guck mal, ich gehe hier rauf. Oh, wow. Cover me! Hier, ich habe Deckung. Bitteschön. Ja, ich kletter hier mal auf den Ton rauf, ne? Oder auf das Silo. Okay. Lass mal in die Plantage rennen. Jetzt bin ich hier raufgeklettert und du willst in die Plantage rennen, Alter. Aber nur, wenn es da glas gibt. Au! Okay, ich habe da vorne schon ein bisschen Feuer gemacht, falls es dunkel wird. Hä, wer schießt nicht auf mich, bitte? Wenn ich gerne loben. Warum brennt das Zelt? Das ist eine gute Frage. Weil die Helikopter da drauf landen, glaube ich. Nice. Uh. Schöne Explosion, ey. Respekt. Oh, no! Oh, nee! Bruce! Oh, da musstest du von uns gehen. Ich bin doch da! Aber man, ich treffe auch gar nichts heute. Keine Sorge, so schnell kriegst du nicht. Oh, nice. Geht wie ja hier, schwanne Backe. Das ist Teilbrenner-Mama-volle-Kanne hier. Oh, oh. Nice. Ihr kriegt die Transo nicht. Hab sie! Nein! Wenn du sagst, ihr kriegt die Transo nicht. Der infiziert neben mir gerade gesagt, ihr kriegt die Transo nicht. Und er nur so, das ist mein Stopp! Aber die haben mich auch nicht gekriegt. Ja, doch. Ja, Leute. Ganz ehrlich, dafür, dass wir die erste Folge, die wir schon lange wieder aufgenommen haben, hat es mega viel Spaß gemacht. Wir sind noch schon über eine halbe Stunde drüber. Ist eigentlich auch vollkommen natt der Hauptsache, wir haben Spaß dabei. Liebe Zuschauer da draußen, wenn es euch gefallen hat, schaut doch bitte bei den anderen vorbei. Der gute Check und der gute Bruce, zwei richtig coole Jungs. Link in der Videobeschreibung. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch mal ein Abo da lasst oder mal in den Kommentaren bei denen Hallo sagt. Weil die haben es auch mal verdient. Und die kriegen viel zu wenig Aufrufe auf ihre Videos. Ja, nein. Danke fürs zu gucken. Ich bin draußen. Und wir sehen uns bei der nächsten Freunde. Jagt uns. Hashtag Twitter und so. Macht's gut. Tschüss. Bum. Ciao. Tschüss, ey! Tschüss! Tschüssi viel〜st.